Autofahrer aufgepasst. Seit einer Woche legen unbekannte Täter nachts immer wieder große Steine oder Füße von Warnbaken auf Straßen in Stur und Bremen. In der Nacht zum 1. September konnte eine PKW-Fahrerin auf der Ortsumgehung Brinkum einem auf der Fahrbahn liegenden Stein nicht mehr ausweichen und überschlug sich mit ihrem Wagen. Sie wurde dabei leicht verletzt. Kurz zuvor war ein weiterer Autofahrer über einen Stein gefahren und hatte dabei seinen PKW beschädigt. Begonnen hatte die unheimliche Serie bereits am 25. August, als auf dem Autobahnzubringer Aasten Steine gefunden wurden. In den kommenden Nächten schlug der Täter in Bremen erneut zu. Insgesamt wurden so bei mindestens vier Taten in Aasten drei Fahrzeuge durch Gegenstände auf der Straße an den Reifen und am Kühler beschädigt. Noch ist unglaublich, die Vorfälle in Brinkum und in Aasten miteinander zusammenhängen. Aufgrund der Nähe der Tatorte ist die Wahrscheinlichkeit jedoch groß. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Bremen unter 0421 362 148 50 oder die Polizei Diepholz unter 05 441 9710.